Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir testen heute die Catan B-Böller. So ein Päckchen kostet ungefähr 1,50€ je nachdem wo ihr es kauft. Dadurch dass das Päckchen hier schon mal offen ist, können wir euch mal einen rausholen. Verarbeitung halt oldschool technisch oder oldschool mäßig. Hinten zugestopft, vorne auch zugedreht so wie es aussieht und graue Lunte und haben wir hier eine einzeln in die ingabe. Ich muss mal kurz schauen. 1,5g pro knarchen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus zur Zündung. So Freunde, wir testen jetzt wie versprochen die B-Böller von Catan. Die oldschool B-Böller 1,5g. Zünden wir mal zwei Pakete oder zwei Päckchen. Na ja, vom Knall her 1,5g. Aber Schnipseln tun sie jetzt nicht. Der ist aus. Kommt schon wieder ein Auto. Der war ein bisschen besser. Der ist auch wieder aus. Das ist halt dieses Problem mit diesen alten Schwarzpulverlunden. Wenn man die halt zu grob anfasst oder schmeißt, gehen sie halt aus. Aber normalerweise sollte man ja auch Böller hinlegen. Der war gut. War eine richtige Sektflasche. Da kam eine Korken. Also ich sag mal so, für was kostet der Schinken? Der Schinken mit zehn Pakete kostet knapp 10 bis 15 Euro. Also 1,50 pro Paket. Ich werde sie mir trotzdem holen. Also Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.